ja hallo meine lieben freunde und herzlich willkommen zurück zu star wars before sun we sind zurück in dem schmodderigen pilzwald und sind auf der jagd nach der wie heißt die alte noch mal ich weiß es gar nicht ich habe den namen ich spüre sie die macht es stark bei ich mache es stark bei ihnen macht stark bei million ist euch mal zur seite das ist ja schön ich mache ja trotzdem kaputt hey was ist mit ihm alter der bock und er gar keinen bock er steht da nur rum die fliegen junge alles klar weiter geht's was ist das da was die blume schießt auf mich bitte mit denen da schießende blumen wir auch hier so hallo kämpfe dich durch den pilzaufgang okay alles klar hallo ist da wer niemand da easiest game of my life alter warum denn so ne scheiß jump and run kacke man ach so ok da muss ich gar nicht lang oder da muss ich da doch mal ja gut hallo geht macht euch mal vom acker geil so hallo irgendwie kommt mir das so vor als wäre das spiel seit neuestem irgendwie langsamer bewegen quasi weiß nicht alles klar alles klar kugel da einfach runter so hallo yo ich bin jetzt auch da jungs tschöö what the fuck was soll das denn? Alter, dieses Spiel gibt mir Ebola, ey, jetzt eh. Wiii! So. Ey. Wie ist eine Blume schon wieder? So. Da rüber, da ist nämlich ein... Äh, holo... Was ist er mit dir? Jo, tschüss! Das ist echt... L-Lol, was? Der kam mit seinem Drecks... Alles klar. Geh mal weg da. Der konnte gerade mit seinem Ranzpopelschwert... Dankeschön. Mein Lichtschwert... Oh, Leute. Mein Lichtschwert abwehren, was war das denn? Das ist ein bisschen sehr komisch. Ähm. Müssen wir jetzt da lang? Wo müssen wir lang? Äh, Jungs. Müssen wir hier hin? Hallo? Irgendjemand? Da hoch vielleicht? Nein! Oh Gott, ich bin so dumm. Du bleibst hier. Oh Gott, da ist einer hinter mir. Nein, nein, nein. Du schubst mich nicht runter, Jungs. Du schubst mich nicht runter. Oh! Alter! Ey, Starkiller ist so ein Wichser. Oh, Jungs. Hallo? So, jetzt dürfen wir den ganzen Scheißweg noch mal laufen. Tut mir leid. So. Vorne ist schon wieder einer. Ja, hier, hallo. Komm mal ran hier. Hui! Und geh weg. Ich liebe dieses Spiel. So geil. Wer ist denn mit ihm? Oh, da kommen ganz schön viele. Boah, voll gegen den Boden geknallt, ey. Das ist so richtig geil, so. Ey. Bodenjunge. Geh sterben. Alter, kann der... Was ist das denn hier? Ja. Ich bin mir nicht sicher, ob wir hier hin müssen. Ey, hallo Blume! Und dann bitte springe ich daneben. Oh Gott. Das war echt klos. Ah, ich glaube, hier geht's weiter. Oh. Die Jungs haben echt keinen Spaß im Leben mehr. Kann man die eigentlich auch wegmachen? Ah, ja. Kann man. Okay, gut. Ah, stimmt. Das waren diese explodierenden Bomben-Dinger. Ey, hallo! Dodge! Loy, wie viel halten die aus? WTF? Okay, das sah gerade nur so aus. Ich dachte gerade... Oh, der fang, was sieht der aus? Jetzt schießen die auch, oder was? Gesundheitseizug! Hallo, weg! 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 Oh Mann, Kinder, ich finde das Spiel so geil. Ich könnte das tagelang spielen. Vor allem jetzt, wo wir auch ein bisschen mehr Macht am Schlüssel haben. Das ist eigentlich ganz lustig, weil wir die Insta die ganze Zeit alle wegschmeißen können. Ja, wir sind richtig. Hier müssen wir rein. Aber jetzt haben wir das Dings nicht bekommen. Sollen wir uns das holen? Ich bin schon fast dafür, mir das zu holen, tatsächlich. Loy! Hat die Blume eben auch schon angekotzt. Ich will mir das holen, komm. Seid froh, dass ich keine Face-Scans habe. Maximum Rage-Mode! Jetzt pimpel ich hier 10 Minuten in diesem scheiß Turm rum. Das kann doch nicht wahr sein. Loll, halt das Ding. Loll, das bewegt sich. Aber wir müssen da hin, ne? Hier, hier drauf. Oh Gott, bitte falle nicht wieder. Uiuiui! Okay, wir holen uns das nicht. Habe ich gerade spontan beschlossen. Ich weiß nicht, es war gerade so eine Eingebung, die ich hatte. Was ist denn mit dir und deinem Schild, Junge? Ey, hallo, 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 ey. Was ist denn? Der geht mir gerade übel auf den Sack, der Junge. Ist der tot? Oh Gott, bitte explodiert nicht. Oh Gott. So. Wie gut, dass wir hier Macht Charge schon gelernt haben. Beziehungsweise schon können. Und der uns auch keine Macht kostet. Huiui! Ich will die ganze Zeit Mana sagen. Warum? Ah, Hearthstone. Haha. Mann! Mann! Ich will da einfach nur hier raus. Ich lasse jetzt auch die Viecher von mir aus hinter mir herlaufen. Ist mir eigentlich egal. Ich will da einfach nur noch raus. So, hier habe ich gehört. Geht's lang, ne? Alles klar. So, kurz speichern. Hallo. Hallo, Mr. Pilzwalzer. Diese Fremden sind vielleicht gut ausgebildet. Aber wenn ihr den Anführer jeder Gruppe ausmacht und erledigt, könnt ihr vielleicht den Rest demoralisieren. Okay. Taktische Kriegsführung hier, meine Alte. Buiii! Huh, huh! What the fuck? Wieso können die Stelzen? Und warum können die mich blocken? Oh Gott, ich habe keinen Mana. Da, den Dicken will ich. Den will ich. Habe ich jetzt demoralisiert oder nicht? Es sieht nicht so aus. Oh Gott. Jungs. Haben die sich gegenseitig geboxt? Junge. Alter, der hat echt nur noch so ein... Kümmeliges Haar von Leben, Alter. Ja, und wenn wir hier... War ich den ganz absichtliche Deutsch-Sterne, natürlich. Ja, da bringt ihr dein Schild auch nix. Alter, was hauen die hier für Kombos raus, Mann? Hier, geh mal fliegen, Junge. Da, tschüss. Was ist das? Achso, olau! Okay. Geil. Du musst überhaupt hin, ich glaube... Achso, da... Ups. Ja, wir haben ja überhaupt nicht lange gebraucht dafür. Auf jeden Fall, woher für jeder Kampf so 20 Jahre geht. So, können wir irgendwas... What the... Pfff, was zur Hölle? Loil, das hat ein Holocron freigeschaltet. Äh, Holocron-gedingfummst. Wo ist der Dicke? Da ist der Dicke. Komm ran, Dicke. Hallo, ne, 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 ne. Nicht so, hier, nicht so. Oh, Level Up! Da ist noch so ein Dicke. Oh, fuck, lol. ETF. Wuii! Ah, die werden durch ihn gebufft, glaube ich, durch den Dicke. Ich werde durch den Dicke gebufft. Mann, du Scheißblume! Ich bin doch ein Sack jetzt hier. Du explodierende... Du, geh weg! So, äh, Level Up, genau. Ich weiß noch, dass wir in der letzten Aufnahme... Da habe ich irgendwas gesagt, ich wollte auf irgendwas sparen. War das Machtblitz Stufe 3? Ich bin mir nicht ganz sicher. Äh, Rang 2, alte R und dann, ne? Um zwei Gegner zu heben? Oh, nice! Das ist geil, das möchte ich lernen, ja. Das ist gar nicht mal so bad. So. Jetzt haben wir hier 5... 5 Punkte? WT, what? Blech! So. Äh, ich möchte auf Vitalität einmal gehen. So. Und auf Stärke. Ja. So. Was haben wir hier noch? Haben wir hier noch irgendwas, was wir kaufen können? Oh, ja. Luftschlag, was ist das? Was? Steuerung halten. Leer, Shift. Blhh, äh, böh. Ne, es wird so kompliziert. Was ist das? Thift, Wurf. Kuh und E. Bei diesem Packmanöver wird der Gegner in die Luft geworfen. Okay. Joa. Was ist das? Das Schwert-Hieb? Wotf. Was? Kuh, 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 Kuh. Und du landest einfach hier an den Schlag. Ach komm, das lernen wir mal. Das klingt witzig. So, hier. Zack. Sprint-Schock. Was ist das? Steuerung und Kuh, löst eine Wölfe, macht beziehungsweise einen Gegner Schaden zufügt. Oh, ja, komm. Machen wir mal, ne? So, hier. Steuerung und Kuh. Steuerung und Kuh. Steuerung und... Ah, nee, shift und Kuh. Leute. Du hast es dafür. Du warst weg. Hö? Leute, habt ihr es gerade gesehen? Der eine ist gestorben und der andere ist dann irgendwie instant auf ihm gespawnt. Oder da, wo er vorher war. Nein. Und was ist das hier? Hallo? Besser drin? Ist da jemand drin? Hallo? Nee, okay. Geht euch richtig? Ja, ne? Ich denke schon. Okay, da muss ich kurz laden. Oh, das ist wieder ein dicker. Boom. Leute, was hast du für einer? Master, den Aufzeichnungen zufolge nähert sich den Schauplatz eines gewaltigen Gefechts während der Klonkriege. Äh, was? Gewaltiges Gefecht, Klonkriege, was labert der? Und wer bist du? Hier. Das macht Fetty. Wohl der Helga schon was aus hier. Aber nicht genug. Für Starkil Armee. So, ich gebe dich zur Anschlucht. Okay, los, Anschlucht. Hallo? Oh. Master, die Scanner zeigen Cleartouren an. Sehr große Cleartouren. Äh. Ist das nicht so ein Viecht, was von Luke Skywalker gebasht wurde? Okay, gut, dass der Ton überhaupt nicht asynchron war gerade. So. Ähm. Darf ich da bitte vorbei? Ich möchte das Ding am Dackel. So, ja, äh, hallo? Ähm. Loh, der wirft Steine. Hör auf Steine zu werfen, du Lappen. Was du kannst, kann ich auch hier. Friss, äh, Dingsbums. Pflanzen. Oh Gott. Loh, Hilfe. Hier, friss, äh, komische Menschen, Viecher. Äh, wie töt' ich das? Leute? Instant, instant Tipps. Das hier ist nicht live. Äh, oh Gott. Uhuhuhuhu. Das Holocron gibt mir das. Oh, leck, 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 leck. Oh, holy fuck. Wo ist das Vieh? Oh Gott, das ist hinter mir. Oh, es leckt gerade. Übertrieben. Hallo. Hallo. Ganz gut, der auf und zu lecken. Kann ich dem die Viecher auf den Kopf? Alloy. Oh, der hat schon über den verloren. Oh Gott. Tschüss. Jo, hau rein. Okay, ihn kann ich nicht hochheben, welcher Wunder. Aber die Blumen scheinen ihm ganz gut damage zu machen. Nein, nicht dahin. Oh, ich hasse das, ne? Jedes Mal derselbe Scheiß. Ja, okay, alles klar. Ich mach mich gegenseitig kaputt, danke. Äh. Nein. Genau. Äh, jo, äh, Finisher. Q. Uhuhu. Schlitz ihn auf. Drei Millionen Jahre Finisher, alter. Uhuhu. Boah. Das Licht schwein im Auge, Junge. Einen von vier Rankors zerstört. Okay. Jetzt sogar auch noch eine Secondary Quest. Ja, der Finisher war geil. Und ich hab, boah, krass, ich hab's auf Anhieb geschafft. Ich bin echt, äh, schwer begeistert von mir. Hä? So. Und, äh, was uns jetzt weiter... Oh Gott, nein, nein, nein. Danke, dass du meine Abmoderation unterbrochen hast, du Lappen. Könnt ihr jetzt mal... Ich möchte bitte abmoderieren. Okay, ich darf nicht abmoderieren. So, und, äh, ja. Oh Gott. Können wir mal sterben gehen jetzt hier, bitte? Ich geh mal weg. Oh Mann. Geh doch mal weg, bitte. Alter, wollen die mich eigentlich alle verarschen? So, hier. Okay. Und, äh, dahin kommt schon wieder einer. Und da ist auch schon wieder einer, oh mein Gott. Äh, wenn ihr wissen wollt, wie es in der nächsten Folge weitergeht, dann schaltet dann auch wieder ein. Äh, yo. So, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Ihr könnt mir ja ein Like oder ein Abo da lassen. Ich mach hier, äh, fröhlich, guter weiter währenddessen, während ich hier abmoderiere. Denn anscheinend lassen die mich nicht in Ruhe. Oh Gott, das ist auch noch so ein dicker... Ich geh mal weg. Alter, wie viele sind denn hier? Ähm, ja. Wenn es euch ganz besonders gefallen hat, würde ich mich voll freuen, wenn ihr uns ein Abo da lasst. Äh, und... Um nichts mehr zu verpassen, ne, wisst ihr Bescheid. Äh, yo. Wir sehen uns hoffentlich in der nächsten Folge. Haut da rein, haut da raus. Und, äh, Chris out.